Und bei den Haaren schaust du aus, Edmund, wie ein Gammler. Direkt ungepflegt. Das hast du nicht. So nicht kurz, oder was? Weißt du was, Edmund, du gehst mir heute zum Friseur. Da bist du eh nur im Weg. Eh, klar, was eh? Was eh? Alle wei stehen da im Weg umeinander. Alle wei. Bin ich nicht da, sagst du, bin ich da. Bin ich aber da, sagst du, bin ich da. Was? Eh, da bin ich. Bin ich da. Da sagst du immer, bin ich da. Gehen nun die Pitch in den Rahmen, jetzt wird die Mund herunter, was genau, was ich sagen will.